Hey Leute, hier ist wieder Coach Micha und in den letzten Tagen habe ich ein bisschen mehr Content als üblich rausgehauen. Habe etwas mehr Zeit gehabt und der Punkt ist, wenn man sich einmal damit beschäftigt, ein paar Beiträge vorzubereiten, dann sammelt sich unfassbar viel an, was man am liebsten in einen Beitrag packen würde. Und man merkt, das wird jetzt einfach völlig overloaded und wie es euch dann am Ende des Videos noch benennen, wenn da 5000 verschiedene Aspekte drinstehen. Ich habe jetzt einen Texting-Beitrag hochgeladen, den ich euch sehr empfehlen würde, weil er für alle Lebensbereiche und für alle Dating-Bereiche, ob es jetzt ums Schreiben mit der Ex geht oder ums Texten mit einer neuen Frau, an der ihr interessiert seid, jada, jada, jada. Egal, mit wem ihr schreibt, dafür bringt es euch was. Da geht es ums Doppeltexten und so weiter, schaut euch den Beitrag an, um einfach mal die Basics klar zu kriegen. Ja, Kommunikation heute läuft sehr viel übers Handy und vor allen Dingen wird wahnsinnig viel getextet. Seltsamerweise telefoniert kaum noch jemand mit seinem Telefon. Das ist eher ein WhatsApp-Gerät mit Internetanschluss und noch einem Browser oder so. Das ist schon sehr kurios. Und da das also unser Hauptkommunikationsweg ist, müsst ihr da richtig dolle gut werden. So, heute habe ich nochmal ein bisschen mehr zum Texten. Auch da ist es an sich irrelevant, ob ihr jetzt mit eurer Ex schreibt, nachdem sie sich bei euch gemeldet habt. Ihr schreibt hier natürlich nicht, sondern ihr geht erst in Kontaktaustausch, in Kontakt mit ihr rein, wenn sie sich bei euch gemeldet hat. Das ist ja jetzt mittlerweile glasklar. Und wie gesagt, wenn es eine neue Frau ist in eurem Leben, auch völlig wurscht. Also dafür passt es auch ganz gut. Also ich möchte heute über die Menge sprechen, die ihr schreibt. Okay, ich spreche jetzt mal über das Ex-Zurück-Szenario, weil ich denke, das kann man, wie gesagt, auf alle anderen Szenarien auch anwenden. Wenn es um Zeit und Menge geht, ist es exakt dasselbe. Wenn sich eure Ex bei euch meldet und die Nachricht kommt um 9 Uhr abends oder um 10 Uhr abends, wenn es euch irgendwie gelingt, lest sie erst gar nicht. Es kommt darauf an, wie eure Messenger-Einstellungen sind und ich weiß auch nicht, was in ein paar Jahren los ist, wenn mein Video immer noch online ist. Dann gibt es vielleicht schon wieder neue Messenger mit neuen Privatsphäre-Einstellungen. Wenn es euch irgendwie möglich ist, euren Messenger so einzustellen, dass man nicht sieht, dass ihr die Nachricht gelesen habt, bei WhatsApp geht es zum Beispiel ganz gut, dann macht das. Es sollte nicht so plötzlich passieren und vor allen Dingen nicht, wenn eure Ex euch geschrieben hat, dass ihr dann plötzlich die Einstellung verändert, weil sowas fällt auf. Deswegen würde ich euch empfehlen, das sofort zu tun. Wenn euch Leute fragen, wie sollst du das so eingestellt? Das ist egal. Diskutiert nicht darüber. Das ist euer Privatleben, eure Privatsphäre. Und sorgt dafür, dass bei WhatsApp die zwei grünen Haken nicht mehr auftauchen. Ich sage euch jetzt, warum. Wenn nämlich diese Nachricht bei euch auftaucht, als Push-Up oder sonst irgendetwas, oder ihr geht wirklich drauf und ihr seid so interessiert, was hat denn die jetzt geschrieben? So, es ist 9 Uhr und ihr liegt alleine im Bett und schaut euch einen traurigen, romantischen Film an. Und eigentlich wollt ihr das Image rüberbringen, dass ihr aktiv seid und dass ihr natürlich abends um 9 Uhr nicht zu Hause rumhängt, sondern irgendwie coole, aufregende Dinge macht. Dann wollt ihr eigentlich nicht die Nachricht gesehen haben, weil dann könnte ein Gedanke entstehen. Er hat meine Nachricht gelesen, aber er antwortet mir nicht. Also versucht es, wenn es irgendwie geht, zu verhindern. Aber wenn es nicht geklappt hat, ihr habt die Nachricht gelesen und es wurde ihr angezeigt, als dass ihr sie gelesen habt, ist das auch noch kein Drama. Es wäre halt nur günstiger, wenn es nicht so wäre. Günstiger ist es nämlich, dass ihr den Eindruck habt, und jetzt gebe ich euch mal eine Uhrzeit, ab 7 Uhr abends, von Montag bis Sonntag. Aber insbesondere am Wochenende, weil am Wochenende ist man aktiv und geht weg und feiert. Aber trotzdem, jeden Tag, ab 7 Uhr antwortet ihr keinen Frauen mehr, die euch schreiben. Außer ihr seid in der Beziehung. Das wäre völlig bescheuert, okay? Also es soll schon irgendwie euch klar sein, worum es hier gerade geht. Es geht darum, Frauen anzuziehen, mit denen ihr noch nicht in einer Beziehung seid oder mit denen ihr nicht einfach nur befreundet sein wollt, sondern ihr wollt ein bisschen Spannung aufbauen, Neugierde aufbauen. Was macht er, was treibt er so und so weiter. Und vor allen Dingen bei Ex zurück ist das wichtig. Weil bei dem Projekt, wenn ihr wirklich Interesse habt, eure Ex zurückzubekommen, dürft ihr euch keinen Fehler erlauben. Ich habe das schon so oft erlebt, entweder an mir selbst oder bei Bekannten oder Leuten, mit denen ich daran gearbeitet habe, wenn ein kleiner Fehler und das komplette Kartenhaus bricht zusammen. Ihr wart drei, vier Monate in keinem Kontakt, ihr wart super tough. Sie hat euch irgendwann mal geschrieben, dann habt ihr ein bisschen hin und her geschrieben und wie in dem Textingbeitrag, den ich gestern hochgeladen habe, schon beschrieben, ist Schreiben unfassbar gefährlich. Ihr müsst, gerade mit eurer Ex, wenn ihr mit eurer Ex schreibt und ihr habt euer Handy in der Hand und ihr tippt auf WhatsApp oder wo auch immer, stellt euch vor, euer Handy wäre eine Handgranate. Wie würdet ihr eine Handgranate behandeln? Oder wenn ihr eine Bombe entschärfen würdet, ihr würdet nicht einfach irgendwie wahllos drauf loshämmern oder unreflektierte Sprachnachrichten in der Weltgeschichte rumschicken oder Bilder oder irgendeinem Quatsch. Sondern ihr würdet extrem vorsichtig damit umgehen, weil ihr wisst, jeder weitere Schritt ist gefährlich und kann euren Ruin in der Situation bedeuten. Das meine ich ernst. Sobald ihr nie die rüberkommt, zu sehr interessiert, zu abhängig, zu emotional, zu viel Druck aufbaut, zu viel ihr hinterher rennt. Das englische Wort pursuing oder chasing ist da eigentlich besser. Das heißt jagen, so ein bisschen jagen. Also to chase something, etwas jagen. Aber das klingt im deutschen Behemmer, ich jage ja nicht meine Freundin, aber im Endeffekt ist es das. Wenn sie das Gefühl hat, dass ihr sie chased, dass ihr sie pursuit, dass ihr hier also auf gut Deutsch hinterher lauft und einfach viel mehr Investment reinbringt, viel mehr Investition, emotionale Investition, viel mehr Zeit reinsteckt in den Schreibverkehr mit ihr und viel mehr Worte und viel mehr Smileys und viel mehr Bilder, dann habt ihr verloren. Dann seid ihr raus, weil sie weiß, drei Monate habe ich von ihm nichts gehört, jetzt habe ich eine Nachricht geschrieben und schau mal an, wie viel Interesse der an mir hat. Und jetzt doppeltextet der mir auch noch. Also doppeltexten heißt, wie ihr jetzt vielleicht einfach wisst, eine Nachricht schicken, nicht abwarten, bis eine Antwort kam und noch mal ein paar hinterherzuballern. Am besten noch so eine, so, hast du meine Nachricht nicht bekommen? Oder wieso antwortest du mir nicht? Das sind genau die Sachen, die ihr niemals irgendeiner Frau schreibt und schon gar nicht eurer Ex. Dann könnt ihr gleich ihre Nummer von eurem Handy löschen, weil dann wird da nie wieder was draus. Gut, nie wieder. Es gibt die absurdesten Situationen, aber ich will euch einfach dieses Mindset einhämmern, dass es gefährlich ist. Und wenn ihr dann mal ausgerutscht seid und irgendwie konntet ihr die Situation retten, schön, das kann es geben, aber erzeugt erst gar nicht so eine Situation, in der es gefährlich und ruinös für euch wird. So, Zeitpunkt ab 7 Uhr abends. Wenn euch eine Frau schreibt, an der ihr interessiert seid, schreibt ihr erst am nächsten Tag, am nächsten Morgen. Ja, würde sagen, so unter der Woche, wann geht ihr üblicherweise arbeiten, weiß ich nicht. Um 9 Uhr seid ihr auf Arbeit oder um 8 Uhr oder was auch immer. Ich würde sagen, so ab 10 Uhr kann das für jeden passen, ob er im Schichtdienst ist oder nicht. Ab 10 Uhr könnt ihr ihr dann antworten und am besten auch erst ab 10 Uhr lesen. Denn wenn ihr die Geduld aufbringen könnt, zu sehen, meine Ex hat mir geschrieben, nach drei Monaten kein Kontakt, das ist der Hammer, was schreibt sie mir? Auch hier geht es wieder ums Training. Ihr müsst euch trainieren, geduldig zu sein und ihr müsst euch trainieren, unabhängig zu sein davon, was jetzt passiert, was jetzt kommt. Und deswegen sagte ich auch, es ist sehr, 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 sehr gut, wenn die Keinkontaktphase nicht ein paar Wochen geht, bis sie sich meldet, sondern Monate, weil in dieser Zwischenzeit konntet ihr an euch arbeiten und ihr seid verändert und ihr seid stärker. Das ist euer Projekt in keinem Kontakt. Ich sage es nochmal, werdet stärker, werdet selbstbewusster, tut was Gutes für euch, macht Sport, diese ganze Litanei, die ich immer runtersabbel. Damit, wenn sie euch schreibt, ihr sagen könnt, hey, sie hat mir geschrieben. Ich gucke auf die Uhr, es ist jetzt 8 Uhr und nach 7 Uhr schaue ich mir das gar nicht mehr erst an. Cool bleiben, einfach wissen, sie hat mir geschrieben, cool. Das ist schon mal ein kleiner Gewinn. Ihr seid auf der Spur, kein Kontakt hat gewirkt. Was auch immer sie mir jetzt geschrieben hat, ich gucke es mir morgen an. Und selbst wenn es euch angesehen hat oder ein Push-Up kam hoch und ihr habt es einfach so gesehen, kein Drama, aber zurückgeantwortet wirst erst am nächsten Tag. Warum? Ganz klar, um in ihr Neugierde zu erzeugen. Wieso antwortet er nicht? Der ist bestimmt weg, der ist bestimmt unterwegs. Also die Fantasie von Menschen müsst ihr für euch arbeiten lassen. Die ist in der Regel immer krasser als die Realität. Also ich hatte mal mit einer Ex in Kontakt und so weiter und das war an einem Wochenende, da hat sie mir dann geschrieben. Und ich habe dann herausgefunden, also in meinem Kopf gingen Bilder ab, so von wegen, es ist Samstag, die ist feiern, die ist in Clubs, die tanzt oder die liegt mit einem Kerl im Bett. Es hat sich herausgestellt, dass nichts dergleichen passiert war. Aber sie war alleine zu Hause und hat mich vermisst an einem Wochenende, an einem Wochenende in der Großstadt. Also ich meine, irre? Ja. Aber eure Fantasie hat quasi das Worst-Case-Szenario für euch aufgebaut und hat unfassbar viel ihren Wert angehoben. Und das wird eure Ex euch gegenüber auch machen, wenn sie einfach nicht weiß, was ihr macht. Euer Wert steigert und sie glaubt, sie glaubt einfach nicht, dass ihr nur zu Hause rumhängt, wenn ihr euch nicht gemeldet habt. Sondern sie glaubt so, der hat sie... Mensch ey, also der unternimmt jetzt wahrscheinlich echt was Cooles. Hat er eine neue? Ist er schon runter von mir? Ist er schon weg von mir? Interessiert er sich überhaupt noch für mich? Was für Gefühle hat er? Deswegen, wenn diese Nachricht kommt nach 7 Uhr abends, lasst sie bis zum nächsten Tag auch darüber noch im Unklaren und antwortet ihr erst dann. Was ihr dann da schreibt, da gehe ich jetzt nicht im Speziellen ein. Es geht jetzt nur um den Zeitpunkt. Macht euch einen Zettel ans Handy, damit ihr das nicht vergesst oder was auch immer. Bringt es in euren Kopf rein. Ab 7 Uhr wird nicht mehr geantwortet. Erst ab dem nächsten Morgen um 9 oder 10. Überlegt euch eine Zeit. Das kann von mir aus auch 8 Uhr abends sein. Es muss zu euch passen. Es muss stimmig für euch sein. Aber macht euch, gebt euch so eine Regel, weil dann werdet ihr cooler wieder. Ihr könnt wieder Geduld trainieren im Texten. Wie in meinem anderen Video schon erklärt, ist es eine Trainingswiese, ein Trainingscenter für euren Geist, für eure Resilienz, für eure Ausdauer, dass ihr nicht sofort nach jedem Brotkrümel, den ihr zugeworfen bekommt, hinterher rennt wie ein Hund, der Hunger hat. Also werdet cool. Das ist extrem wichtig. Das jetzt zu dem Zeitpunkt. Jetzt zur Menge. Idealerweise sollte der Schreibkontakt zu 70, am besten 80 Prozent, so ungefähr mal ganz grob über den Daumen gepeilt, von der Frau ausgehen. Sie sollte, also wenn man dann so am Ende eines Chatverlaufs so runterscrollt und so weiter, und ihr rechnet so alles zusammen, was es da so an farbigen Blöcken gibt, die ihr euch so pingpongmäßig hin und her geschickt habt, wäre der Idealzustand, dass sie euch 70 Prozent geschrieben habt und die anderen 30 habt ihr geschrieben. Wenn sie euch vier Zeilen schickt, dann schreibt ihr drei zurück. Wenn sie eine Nachricht schreibt mit zehn Wörtern, dann schreibt ihr eine Nachricht mit fünf oder sechs Wörtern zurück. Also ich will jetzt keine fixen Zahlen bringen, schreibt die euch jetzt nicht fest auf. So, oh Gott, ich habe jetzt sieben Wörter geschrieben, war das zu viel? Ihr wisst, was ich meine. Ihr sollt einfach rüberkommen, als würdet ihr weniger Input in die Situation geben. Und wartet auch da, auch da wieder Zeit. Wenn eine Nachricht kommt und ihr seid wirklich im Schreiben drin, dann könnt ihr ab und zu mal, ihr könnt mal direkt auf eine Nachricht antworten. Wenn ihr jetzt gerade live mit ihr schreibt, entweder mit eurer Ex oder irgendeiner anderen Frau, ist wie gesagt an dem Punkt irrelevant, wenn ihr mit denen schreibt, könnt ihr schon mal hier sofort antworten. Ihr könnt online bleiben, ihr könnt euch das angucken, sie tippt, sie schreibt, okay, und dann tippt ihr und dann schickt ihr das Ding ab. Sie bekommt also sofort eine Antwort. Das ist okay, das kann man mal machen. Aber dann müsst ihr das Muster wieder unterbrechen. Und was bedeutet das? Wenn ihr jetzt mal zwei Nachrichten direkt geantwortet habt, dann schreibt sie euch und 6, 7, 8, 9, 10 Minuten lang habt ihr die Nachricht nicht gesehen oder ihr habt sie noch nicht beantwortet oder beides. Dann überlegt sie sich so, oh, jetzt hat er sein Handy liegen gelassen und egal, was der jetzt machte im Hintergrund, ich weiß noch nicht, wo er ist, ist er in der Kneipe, ist er zu Hause, aber es bringt das Bild drüber, dass ihr die Kraft hattet, die Konversation ruhen zu lassen und zu sagen, ich mache jetzt meine Wäsche, egal was, das müsst ihr ja auch gar nicht sagen. Ihr könnt in die Küche gehen, macht euch ein Bier auf, macht einen Kaffee, hört euch ein Lied an, beschäftigt euch mit irgendwas anderem und lasst das Handy liegen. Tut das Muster unterbrechen, tut das Muster verändern. Das erzeugt auch wieder Interesse. Also mal so, mal so, oh, jetzt konnte er das Handy liegen lassen, jetzt schreibt er mir wieder und jetzt plötzlich antwortet er mir gar nicht mehr und erst am nächsten Morgen bekommt sie die nächste Nachricht. Also spielt damit ein bisschen, zieht sie ein bisschen an euch ran, gebt ihr mal wieder Aufmerksamkeit relativ schnell und dann wartet, bis ihr ihr wieder den nächsten Happen gebt. Also das zur Menge. Wir haben Zeit besprochen, wir haben die Menge des Textes besprochen, idealerweise schreibt sie 70%. Wenn ihr eine Frau jetzt ganz neu kennengelernt habt, ist es üblicherweise so, dass ihr 80% reinhämmern müsst. Das ist einfach so. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr eine Nummer von einer Frau bekommen habt und dann schreibt ihr ihr einfach nur ein Hey und dann könnt ihr nicht erwarten, dass eine Nachricht mit zehn Wörtern hinterherkommt. Das ist absolut. Am Anfang einer Konversation mit einem Menschen, den ihr noch nicht kennt, da müsst ihr mal ein bisschen mehr reinhauen, also ein bisschen flirty sein und so weiter. Und wenn ihr merkt, sie ist dabei, dann tut peu à peu euer Investment zurückschrauben. Tut sie aber niemals ignorieren. Ignoriert keine Frauen und schon gar nicht eure Ex. Ganz wichtig. Wenn ihr eine Frau ignoriert und das nicht nur einmal, sondern am Ende noch zweimal, dann wird es dazu führen, denn sie hat auch bitte ihren Stolz und den darf sie auch haben, dass sie denkt, was ist das jetzt für ein Arschloch? Ich habe dem geschrieben und ich habe eine Woche von dem nicht gehört. Also jetzt, dann danke, lösche ich halt deine Nummer, du Idiot. Und dann kommt ihr dann eine Woche später wieder an und wollt ihr wieder schreiben. Dann denkt sie, ah ja, er hat jetzt zehn andere in der Zwischenzeit gehabt und jetzt, da hat es nicht geklappt, das schreibt er mir wieder. Dann erzeugt es so ein Bild. Also nicht ignorieren. Gebt denen schon einen Austausch, seid schon fair, aber ihr habt die Erlaubnis, ein bisschen zu spielen, um halt euren Wert zu steigern in der Situation. Jetzt zu Smileys. Wenn ihr mit einer Frau schreibt, die keinerlei Smileys verwendet, dann verwendet ihr ebenso keinerlei Smileys. Keinerlei. Ihr müsst so ein bisschen ihr Verhalten spiegeln. Wenn sie keine Smileys verwendet, heutzutage ist es eine bewusste Entscheidung. Ich verwende keine Smileys, weil es dämlich ist. Was bedeutet das? Wenn ihr Smileys benutzt, wirkt ihr dämlich in ihren Augen. Deswegen macht das nicht. Wenn ihr aber dann merkt, sie verwendet mal einen Smileys, dann könnt ihr auch mal irgendwann mal einen Smileys verwenden. Ihr müsst euch da so ein bisschen anpassen. Sollte sie einer sein, Gott bewahre, die zehn Smileys hinter jeder Nachricht ballert, dann würde ich eh schon denken, was ist mit der Frau nicht richtig. Also gesetzt im Fall, es ist eine erwachsene Frau. Vielleicht habe ich auch sehr junge Zuhörer, Teenager oder so, aber eigentlich sollte man, wenn man erwachsen wurde, sollte man so einen Quatsch bleiben lassen. Also Smileys da reinzuballern, das ist ja eine Unterzuckerung an Bildern. Also Überzuckerung an Bildern, da fliegt man ja aus. Das sieht völlig bescheuert aus. Aber wenn sie sowas macht, zehn Smileys schickt sie hinter jede Nachricht, dann könnt ihr halt drei machen. Dann könnt ihr schon so ein bisschen mitgehen, aber für mich wäre die Frau dann eigentlich nichts. Keine Ahnung, ich will jetzt nicht wegen Smileys über Leute richten, aber es macht halt ein schon sehr seltsames Bild. Also schreibt weniger, weniger Text, weniger Smileys. Manchmal ist es gut, Smileys zu verwenden, einfach wenn ihr wisst, so eine Nachricht, die kann ich jetzt nicht rüberbringen, die klingt dann vielleicht ein bisschen zu ernst oder so. Dafür sind ja Smileys auch gut. Ich verteufle Smileys überhaupt nicht. Das ist ein Kommunikationsmittel, was auch genutzt werden kann und sollte. Aber passt euch da bitte einfach der Frau an, was da okay ist und was nicht. Ihr könnt auch auf manche Nachrichten, die geschrieben werden, einfach mit einem GIF antworten, mit irgendwie einem lustigen Meme oder mit einem lustigen GIF. Das kommt auch ganz gut an. Sie schreibt euch eine Nachricht von fünf Zeilen, tralalala und mein Tag war so und so und so. Und wenn ihr merkt, das ist eine Nachricht, wo ihr jetzt nicht so richtig wisst, wie ihr darauf antworten sollt. Sie hat mir gesagt, dass sie heute am Ponyhof war und hat dann Pony gestriegelt und danach ging sie Eiskunst laufen und dann war sie beim Lidl und hat nur Milch gekauft. Ich meine, was soll man da drauf sagen? Dann könnt ihr einfach mal ein Meme hinballern. Das wirkt so ein bisschen so wie aus der Hüfte so, okay, was hast du jetzt da geschrieben? So, ah, du kriegst wenigstens ein lustiges Meme von mir. Wenn ihr nicht wisst, was ihr antworten sollt, müsst ihr natürlich auch erst mal gar nichts antworten. Dann könnt ihr dann auch sagen, ich lasse das jetzt mal liegen. Vielleicht kommt ja was zurück, mit dem ich arbeiten kann. Vielleicht kommt ja mal eine Nachricht, die die Investition aufzeigt, weil ihre Lebensgeschichte von heute interessiert mich jetzt eigentlich nicht so doll. Wenn sie irgendetwas bringt, worauf ich wieder reagieren kann, wo ich merke, sie drückt Interesse an mir aus, dann ist es eigentlich das, was ihr wollt. Dann könnt ihr auch einfach mal das Handy liegen lassen und vielleicht schreibt es euch auch. Vielleicht doppeltextet sie euch ja, was ein extrem gutes Zeichen ist. Das drückt extremes Interesse aus. Deswegen solltet ihr das ja nie tun. Aber ihr könnt also auch mit GIFs und Memes auf diese Art und Weise arbeiten. Da könnt ihr dann einfach schon mal vorher googeln, legt euch irgendwie einen Ordner an mit irgendwie lustigen Memes auf eurem Handy, falls ihr das noch nicht habt oder GIFs oder so, dass ihr dann in so einer Situation einfach mal gucken könnt, so was schicke ich Ihnen jetzt. Also da gibt es ein paar sehr gute, auch Flirt-Memes, die so ein bisschen witzig, ein bisschen anzüglich sind. Und so Sachen werden einfach nicht so ernst aufgenommen. Wenn ihr schreiben würdet, so, hey, ich finde dich total heiß, das ist okay, es kommt auf die Situation an. Ich will nicht sagen, dass sowas nie geht, hat einen bestimmten Interesselevel. Aber da sollte halt schon wirklich die Suppe am Kochen sein zwischen euch. beiden, ja. Aber wenn ihr das quasi als Meme schickt oder so, dann wirkt es so wie so, naja, es war nur ein Wetz. Ich finde dich heiß, aber es ist eigentlich nur ein Gag. Also wenn es ein Meme gibt, was sowas ausdrückt. Das kann sehr, sehr spielerisch rüberkommen, sehr playful, was sehr, sehr gut ist, sehr, sehr wichtig mit Frauen, dass ihr die Situation nicht zu ernst nehmt. Das drückt ihr aus, auch in Bezug auf eure Ex. Da würde ich jetzt mich unbedingt an sie anpassen. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Vorsichtig sein mit Memes und GIFs und so weiter. Kommt nicht kindisch rüber. Aber nichtsdestotrotz, ihr solltet vom Mindset her unabhängig davon sein, wann sie schreibt und wie sie schreibt. Ihr solltet es analysieren, taktisch und strategisch. Und dann, basierend auf den Empfehlungen, die ich euch gegeben habe, ihr dann antworten. in Bezug auf den günstigen Zeitrahmen, den günstigen Zeitraum und Zeitrahmen wählen und die günstige Menge. Und wenn ihr etwas mit drei Wörtern ausdrücken könnt, was ihr sagen wollt, dann drückt es mit drei Wörtern aus und schreibt nicht einen riesigen Rattenschwanz an Text. Okay, noch etwas, um euch da mal ein bisschen so in die Realität von attraktiven Frauen der Neuzeit reinzubringen. Eine Bekannte von mir hat mir mal ihr Handy gezeigt. Sie hat mir gezeigt, was sie an Nachrichten an einem Tag an Tinder und an WhatsApp und Facebook bekommen hat. Das waren hunderte. Also es war unfassbar Tinder. Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, mit hat der Daumen weh vom Scrollen. Dasselbe bei WhatsApp. Und es waren hunderte Typen. Hunderte Typen. Wir leben hier in einer Großstadt. Also hunderte Typen. Hunderte Matches und noch andere Leute, die ihr geschrieben habt. Irgendwelche Beta-Fritzen, die um sie herum orbiten, die ihr auf Facebook geschrieben habt, die mal einfach angeklopft haben aus Langeweile, um zu gucken, was da geht. Also es war eine unfassbare Sammlung von Kerlen, die ihr geschrieben habt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet so viel Mist geschrieben bekommen. Nehmen wir mal an, das sind 400 Nachrichten gewesen. Und da tue ich echt noch Tiefstapeln. Von 400 verschiedenen Typen. Oder sagen wir mal Kontaktaufnahmen, weil manche Typen haben halt auch gedoppeltextet. Das war völlig lächerlich, sich das durchzulesen. Das war, man hat sich für diese Typen geschämt. Man hatte fast Mitleid. Jetzt stellt euch vor, ihr würdet von 400 Frauen, die jeden Tag Nachrichten bekommen. Das wäre Stress. Okay. Also dann müsst ihr eine Arbeitsgrundlage entwickeln, wie ihr damit umgeht. Und sie hatte gesagt, wer doppeltextet, so raus. Bums. Einfach so. Sobald sie irgendwie ein Chat öffnet oder was, und da sind mehrere Nachrichten drin, die hat keine Zeit, diesen ganzen Mist zu lesen. Da wird gefiltert wie bei einer Bewerbung. Wie wenn Unternehmer Bewerbung auf dem Tisch haben, wenn die Mappe schon knittrig ist und scheiße aussieht. Dann kann der Typ noch was für tolle Referenzen haben. Und das Bild kann geil sein. Es bringt nichts, der wird nicht eingestellt. Insofern vergegenwärtigt euch das. Und ihr wollt aus der Masse diese anderen Hohlköpfe hervorstechen. Ihr wollt nicht wie die 97 Prozent der Männer sein, die auf der Welt herumlaufen, die völlig unerfahren sind, die sich nicht weiterbilden, die nicht reflektieren, die einfach drauf losschreiben, einfach drauf losdaten, einfach drauf losflirten und needy und anhänglich und süchtig rüberkommen. Also von so Leuten hat man ja den Eindruck, wenn ich mit dem zusammenkomme, dann wird es irgendwann mal ein Psycho-Ex. Der ist ja jetzt schon völlig uncool. Deswegen, Flirten und Dating ist wie eine Bewerbungsmappe, die an ein Unternehmen geschickt wird. Deswegen eine Nachricht, seid da ein bisschen funny, wenn ihr jetzt Frauen anschreibt, die ihr noch nicht kennt, auf Tinder oder sonst wo. Und wenn sie euch nicht antwortet, dann lasst es. Dann ist es das für euch. Dann filtert auch sie heraus, weil dann wisst ihr, sie hat kein Interesse an mir. Und jede weitere Nachricht, die ich schreibe, kann mein Interesse nicht an ihr steigern. Und dann verschwendet ihr nur eure Zeit. Selbst wenn sie dann zurückschreibt, sie weiß schon so, ah ja, okay, und vielleicht hat sie einfach aus Langeweile euch mal ausnahmsweise geantwortet, weil sie saß gerade auf dem Scheißhaus. Ihr wollt nicht ein Scheißhaus-Kontakt sein. Ihr wollt ein Kontakt sein, der mit ihr irgendwann mal im Bett liegt. Okay, ich hoffe, ich habe heute einiges noch mal reingepackt in diesen zweiten Texting-Beitrag. Da steckt viel X zurück drin. Das werde ich noch mal vertiefen, besonders. Aber denkt da dran, Zeitpunkt des Schreibens, Menge des Schreibens, Smileys, wie verwendet ihr diesen ganzen Kram, wie wendet ihr ihn an, damit ihr den größtmöglichen Erfolg habt und die größtmögliche Seelenruhe und geht dann vom Handy weg, macht mehr Sport und benutzt das Handy, wie gesagt, zum Kennenlernen okay. Bahnt Nachrichten schreiben, ist auch in Ordnung mit eurer Ex, wenn sie sich bei euch meldet. Aber benutzt das Handy hauptsächlich dafür, um Treffen auszumachen. Bahnt ein Treffen an mit ein paar Nachrichten, findet raus, ob sie Interesse hat und macht einfach mal einen Vorschlag. Sagt ihr, wo es hingeht. Hey, hast du am Mittwoch Zeit? Wir treffen uns da und da und da und trinken das und das. Macht einfach mal, seid einfach mutig. Seid einfach mal mutig und macht deutlich, ihr wollt nicht in die Friendzone. Ihr wollt euch abends treffen, denn abends finden Dates statt. Nicht mittags. Nee, wir gehen nicht erst spazieren mit deinem Hund, um uns kennenzulernen. So einen Quatsch machen wir nicht. Dann läuft man nebeneinander im Park her. Das hat man vor 100 Jahren gemacht. Also wir gehen heute bitte abends in eine Bar oder in einen Club oder in eine Kneipe. So. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bitte gebt mir ein Like. Bitte abonniert meinen Kanal. Ich habe richtig Bock drauf, in den nächsten Tagen noch mehr Content rauszuhauen. Also in den letzten Tagen habe ich echt eine ganze Menge angesammelt. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr in keinem Kontakt steckt, wünsche ich euch viel Kraft, das auszuhalten und dass sich eure Mac-Ex baldmöglichst bei euch meldet und dass ihr bis dahin stark geworden seid. Okay. Macht's gut. Euer Coach Micha.